Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Auf meinem Kanal erwarten euch täglich neue MMA-News und vieles mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Der Kampf zwischen Israel Alessandra und Joel Romero war einfach nur richtig Müll ohne Scheiß. Ich bin die ganze Nacht wach geblieben, um mir diesen Scheißkampf zu geben. Romero hat die ganzen Runden lang nichts gemacht. Er ist ein Olympia-Ringer, er ist Silbermedallist als Olympia-Ringer und ringt nicht ein Scheißmal in den ganzen Runden. Er hat den, ich glaube, einmal höchstens versucht runterzuholen und sonst macht er nichts. Er wartet die ganze Zeit auf einen Schlag, der nicht kommt, den er nicht ansetzt. Und der Kampf ist einfach nur scheiße. Israel Alessandra war natürlich trotzdem die ganze Zeit ein bisschen aktiver als Joel Romero und konnte ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, Low-Kicks und ein paar Schläge landen, die aber nicht effektiv waren. Und Joel Romero hat einfach die ganze Zeit nichts gemacht. So, insofern gewann Israel Alessandra letztendlich nach Punkten. Jedoch war es einfach nur ein scheiß alberner Kampf und einfach ein überhypter. Joel Romero ist einfach schon viel zu alt und man hat viel zu viel von ihm erwartet, was letztendlich einfach nicht kam. Und ich bin einfach nur mega, mega enttäuscht von diesem albernen Kampf. Und ja, ich hoffe, dass Joel Romero dann jetzt auch endlich mal einsieht, dass er aufhören soll zu kämpfen. Denn ein Adesanya hat sich nicht auf Romeros Spiel eingelassen, ist auch den langsamen Weg gefahren, hat versucht einfach so auf safe Punkte zu sammeln. Und sie wurden auch schon vom Referee ermahnt, dass sie endlich mal den Fight beginnen sollen, um Punkte zu sammeln. Aber die beiden kämpften einfach albern nur darum, tänzelten ein bisschen rum, aber es gab kaum irgendwie Action oder Bewegung oder sonst irgendwas. Also letztendlich war es echt ein scheiß Kampf. Und Israel ist der Champ. Als nächstes wird er gegen Paolo Costa kämpfen. Aber für Romero soll es das jetzt endlich mal auch gewesen sein. Ja, ich bin mega enttäuscht auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber lasst mir auf jeden Fall eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren da. Und wenn euch dieses Video kurz gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ja Leute, das war es mit der UFC 248. Ich halte euch stets auf dem Laufenden, wenn es um das MMA-Geschehen international und national geht. Das war es mit dem Video. Ich bin raus, euer NoTimeMMA. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.